In diesem Video zeige ich dir eine Seite, mit der du ein Video von so, in diesem Video erklär ich es dir, zu so, I'll explain it to you in this video, ganz einfach mit einem Klick verändern kannst. Das ist die Seite, Rask, Rask oder wie auch immer ihr das aussprechen möchtet. Und die sieht sehr unscheinbar aus, sieht auch ein bisschen oldschool aus, aber sie hat mich echt krass überrascht. Denn eigentlich wollte ich ja tatsächlich nur, dass alles, was gesprochen ist, transkribiert wird. Also quasi alles, was gesprochen wird, als Text exportiert wird und dass ich das dann einfach als Untertitel nutze oder vielleicht durch eine andere KI einsprechen lasse. Und dann kam ja die geile Überraschung, dass das Ganze komplett das Video umwandelt. Das habe ich jetzt hier auch schon ausprobiert und ich habe schon ein Video hochgeladen. Und hier sehen wir einmal das originale Video. Hast du dich auch schon mal gefragt, wofür dieses rote Licht auf deiner Apple Watch gut sein soll? Nun, in diesem Video erkläre ich es dir. In der Apple Watch habt ihr eine Taschenlampenfunktion im Kontrollzentrum. So, und dann wandelt ihr das komplett um. Ihr sagt dann halt, wie viele Sprecher da drin sind, könnt dann auswählen, wie viele Speakers, also in meinem Fall ist ja nur ein Speaker. Und dann, hier könnt ihr auch die Sprache auswählen, die Ursprungssprache. Die kann auch automatisch alles erkannt werden. Es kann auch erkannt werden, wie viele Sprecher es sind. Aber ich stelle es einfach vorsichtshalber mit ein, dann ist das schon mal safe. Und so sieht dann tatsächlich das Ergebnis aus. Ich spiele es nochmal komplett von vorne hier. Ist das geil oder ist das geil? Also damit könnt ihr im Prinzip eure Videos komplett mit nur einem Klick umwandeln in die andere Sprache. Und das Geile ist, es wird eure Stimme benutzt. Wie gut und genau das ist, das seht ihr hier. Hier seht ihr nämlich einmal das, was er hier rausgezogen hat an Text. Das könnt ihr natürlich nochmal hier abändern oder nochmal durchkontrollieren. Oder ihr macht das einfach ganz einfach copy and paste und schießt das in ein Rechtschreibprogramm rein, was auch wiederum mit KI arbeitet, um das dann hier wiederum korrekt einzufügen. Und das war's. Und dann könnt ihr euer Video herunterladen. Das könnt ihr jetzt auf Download gehen und sagen, zum Beispiel das Video. Ihr könnt auch sagen, nur die Untertitel, nur die Audio oder das Video komplett. Das wäre dann hier einmal das originale Video in Deutsch und hier das neue Video in Englisch. So schnell und einfach könnt ihr tatsächlich eure Videos per KI übersetzen. Und eine kurze Sache noch zur Tonqualität. Die habt ihr ja jetzt gerade gehört. Da ist tatsächlich beim Abspielen sind da so leichte, naja, wie soll ich sagen, so leichte Artefakte drin zu hören. Das heißt, es ist nicht ganz clean. Es macht aber nichts. Ihr könnt im Prinzip, wenn ihr wollt und euch den Aufwand machen möchtet, die Audio-Datei noch einfach separat extrahieren, also herunterladen. Und dann dementsprechend nochmal durch ein Audio-Bearbeitungsprogramm durchlaufen lassen, was so ein bisschen diese Geräusche entfernt. Ich nutze dazu Adobe Audition und das Ganze dann wieder zusammenfügen. Und dann habt ihr wirklich ein perfektes Video, falls es jemand stören oder auffallen sollte. Vielleicht habt ihr es gerade gehört, sonst hört nochmal rein in die Aufnahme, wo ich das hier als Übersetzung abgespielt habe. Und dann wisst ihr auch, was ich meine. Das Ganze ist natürlich nicht kostenlos. Das hat preislich ein bisschen in sich tatsächlich. Deswegen würde sich das hier auch eher so lohnen für Leute, die das tatsächlich gewerblich machen und auch schon Einnahmen damit erzielen. Damit habt ihr hier eine monatliche Zahlung von hier zum Beispiel 60 Euro pro Monat, 140. Oder ihr macht eine jährliche Zahlung. Das heißt, ihr habt eine Einmalzahlung, würdet dann aber rein rechnerisch dann hier zum Beispiel nur 50 Euro pro Monat zahlen. Was heißt nur, es ist auch viel. Aber ihr habt ja gerade gesehen, wie gut dieses Programm tatsächlich funktioniert. Ihr könnt also ein Video erstellen. Ihr schickt das durch diese KI und könnt dann im Prinzip meinetwegen einen zweiten YouTube-Kanal erstellen auf Englisch. Und das Ganze auf Englisch durchlaufen lassen. Eine kurze Sache noch zum Preis. Der ist natürlich relativ hoch. Aber ich muss dazu sagen, und das ist ganz wichtig, diese Seite ist nicht nur dazu da, ein Video einfach von Englisch auf Deutsch oder in eine von 130 Sprachen zu übersetzen. Nein, ihr habt hier auch viel mehr Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen. Wenn wir uns das alles mal anschauen, habt ihr hier die Möglichkeit, YouTube-Videos mit AI transkribrieren, Video-Übersetzer, Videos in Text umwandeln. Untertitel zu Videos hinzufügen könnt ihr hier Audio-Übersetzer, Podcast-Abschriften und so weiter. Genau, hier habt ihr noch Text in Sprache, Audio in Text und so weiter und so fort. Ihr habt hier viele Möglichkeiten. Und das Coole ist, ihr habt es ja gerade gesehen anhand des Beispiels. Es war jetzt ein Video, wo man nicht zu sehen ist. Aber es gibt auch die Funktionen, das seht ihr hier zum Beispiel gerade bei den Preisen. Ich gehe nochmal ganz kurz hier rüber. Dann sehen wir hier nämlich Multispeaker-Lippensynchronisation. Der versucht also tatsächlich auch, das Ganze irgendwie lippensynchron hinzubekommen, dass es nicht ganz so schrecklich aussieht, wenn es ein Video sein sollte, wo ihr zu sehen seid. Also auch das ist ziemlich cool und natürlich dann hier in den Preisen mit drin. Hier auf jeden Fall auch in der Grundversion. Hier gibt es eine einminütige Testversion. Ich würde tatsächlich, wenn ihr das häufig nutzt, direkt zur Pro-Version wechseln. Wenn ihr euch für eins von diesen Sachen entscheidet, dann schaut bitte in die Videobeschreibung. Dort habe ich euch einen Link reingepackt zu dieser Seite. Auch generell, wenn ihr Interesse habt, euch mal hier umzusehen oder sowas, schaut gerne darauf und probiert es gerne einmal kostenlos aus. Und ich sage bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.